Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem kleinen Video, wo ich euch zwei Bilder präsentiere. Und zwar, ihr seht es schon, das hier ist die Ludmilla von TSG, von Trains in Germany. Die Bilder wurden gepostet heute von Mike Goltz im DTG-Forum. Link dazu zu dieser Forumsdiskussion mal in der Videobeschreibung. Und was wir hier auf diesem Bild sehen können, erstmal, um das einfach nur mal zu beschreiben, Wir befinden uns hier im Fahrzeug der Baureihe 628, Quatsch, gar nicht, 4024, Entschuldigung, der österreichischen Bundesbahn. Das ist der Zug, der mitgeliefert wird mit der Vorarlbergstrecke. Wir sehen vor uns eine noch nicht texturierte Ludmilla-Lokomotive. Und wir befinden uns hier auf einer Art Testgelände, hier mit einem Bahnsteig von A nach B vermutlich. Wir haben schon mal, glaube ich, Screenshots von dieser Strecke gesehen. Die hat schon mal Mike gepostet. Das ist keine Strecke, die irgendwie im Bau ist oder so, sondern die wird wirklich rein zu Teststrecken verwendet. Das, was ihr hier so an streckentechnischer Szenerie seht. So, und das heißt, dass wir hier einen ersten Screenshot haben, wobei einen ersten Screenshot eigentlich nicht, aber endlich einen weiteren Screenshot haben von der Ludmilla, die ja Work in Progress ist. Das ist keine Ankündigung dafür, dass die Lok fertig ist, dass sie bald kommen wird. Ich glaube, dass es eher einfach nur damit Mike zeigt, die Lok ist immer noch im Bau und die wird immer noch kommen. Auch wenn sie halt noch nicht ganz fertig ist. Die 3D-Modellierung scheint auf jeden Fall komplett fertig zu sein. Vermutlich, ja, der Führerschnitt ist vielleicht sogar auch schon fertig. Was halt fehlt, sind Texturen, vermutlich Animationen, hier Lichter und so sind noch nicht da und auch Sounds und all das Zeugs. Und wer weiß, ob die Lokomotive überhaupt in diesem Sinne fahrbereit ist oder nicht einfach nur aktuell halt ein nicht fahrbares Fahrzeug ist, das einfach nur jetzt hier hingespawned wurde. Aber auf jeden Fall endlich mal wieder ein Screenshot. Endlich mal wieder zumindest ein bisschen News von der Ludmilla. Viele fragen ja, wann kommt die 6, wann kommt die Ludmilla, wann kommt die 2,18? Ja, die kommt, das dauert halt, aber sie kommt irgendwann, es ist im Bau. Mit dazu haben wir noch einen zweiten Screenshot, auch den gucken wir uns natürlich mal an. Auch hier haben wir das Ganze so ein bisschen von oben mal fotografiert. Hier aus dem Editor heraus. Auch hier sehen wir die ganzen Details der Ludmilla-Lok. Ja, hier so die Dachaufbauten und so. Das sieht schon alles sehr, sehr schön aus. Hier auch so ein bisschen angedeutet der Maschinenraum. Ob der durchgängig sein wird, kann man an dieser Stelle, denke ich, nicht sagen. Und was hier auch interessant ist, wir haben hier 1, 2, 3, 4 gedeckte Güterwagen, die ebenfalls anscheinend noch im Bau sind. Und die ähnlich wie die Ludmilla noch ohne Texturen sind, vermutlich auch ohne Farbphysik und Sounds und so. Aber auf jeden Fall kommt die Ludmilla mit irgendwelchen Güterwagen, das sehen wir schon mal hier an dieser Stelle, die auch neu sind. Die haben wir so nicht bisher im TSW. Okay, das wirkt auf mich wie, ja, das könnten vielleicht gedeckte Güterwagen sein. Also das sind auf jeden Fall gedeckte Güterwagen. Welche Bauart genau lässt sich zumindest für mein Leinauge jetzt an dieser Stelle noch nicht feststellen? Ich weiß nicht, ob einer von euch vielleicht eine Idee hat, welcher Wagentyp das genau sein könnte hier. Auf jeden Fall wird es wohl auch jetzt nicht der modernste Wagen sein, den man haben wird. Aber ja, also es kommt auf jeden Fall mindestens eine neue Fahrzeuggattung ebenfalls mit dazu. Wer weiß, ob da nicht vielleicht sogar noch mehr kommt, das wissen wir an dieser Stelle nicht, können wir es aber auch nicht erwarten. Hier ansonsten sehen wir auch wieder den Talent auf dieser Teststrecke. Wie gesagt, die Strecke einfach komplett ignorieren, das ist einfach nur so ein Testgelände, um Fahrzeuge zu testen. Mehr steckt da nicht dahinter. Und um es an dieser Stelle noch einmal ganz deutlich gesagt zu haben, das heißt nicht, dass die Lok jetzt bald kommen wird, dass sie fertig ist oder dass sie jetzt bald veröffentlicht wird, sondern dass es einfach nur ein Screenshot, der zeigen soll, die Lok ist noch im Bau, die wird irgendwann kommen und so ist der aktuelle Fortschritt. Auch wenn wir jetzt nicht genau sagen können, was eigentlich der Fortschritt ist, das ist einfach erstmal nur ein Modell der Luthmüller hier auf den Schienen und entsprechend hier mit diesem Güterwagen. Gut, das war es auch. Ich wollte euch nur diese beiden Bilder zeigen. Mehr habe ich auch gar nicht mitgebracht heute. Falls es mehr News geben sollte, falls es noch mehr Bilder geben sollte, sage ich euch Bescheid. Ansonsten könnt ihr mir sehr, sehr gerne mal schreiben, ob ihr euch auf die Lok freut, auf die Luthmüller und welcher Güterwagentyp das hier vielleicht sein könnte, falls das jemand von euch weiß. Das würde mich mal sehr interessieren. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen guten Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Danke. Ende.